Oh ja, aber man kann ja die 30 Kugeln da drauf knallen. Nur weil die annehmen hier, das wird funktionieren. Nee, nee, das geht nicht. So, hier, zack. Oh, na, Quatsch. Du, wir, zack. Obwohl, wir versuchen mal, nur das. Weil, wir können mal gucken, wie schnell das hier ist. So alleine. Nicht wirklich schneller. Egal, was wir vielleicht... Ich will das nicht wieder anballern müssen. Ja, ja, bla, bla, bla. So. Ich will das nicht wieder anballern, das könnt ihr vergessen. Ich, äh, das geht schief. Ich verfehle nur meine ganzen Kugeln, aber hier ist auch nichts weiter. Ja, ja, plonk. Jetzt kommt wieder das hier. In Ruhe. Stirb. So. Mehr gesehen. Hier ist aber auch nichts weiter, ja. Jetzt packen wir mal das Handy aus. Ah, wie soll ich... Du bist ja wunderschön. Ähm, wie soll ich bitte schön... ...das Ding anzünden? Pfff. Ich habe es nicht gesehen. Oder übersehen. Hier ist Wein. Trink doch mal den Wein. Pass auf dich, bitte. Bitte besser. Na gut, wohl. Bei dem. Na, ihr habt ja die Arme gesehen. Das war vielleicht dann so die beste Idee. Hm. Ich check's nicht ganz. Ich check's nicht ganz. Wie mache ich das jetzt? Vielleicht doch hier hinter der Mülltonne oder so. Nö. Hm. Das, äh... Hm. Aber mit was soll ich das Ding anzünden? Ja, man kann den nämlich gar nicht usen. Use. Use. Was vergessen. Irgendwo was mit use. Ups. Entschuldigung. Ja, ja. Klick, klick. Ähm. Ja, hier ist zwar Feuer, aber... Oh Gott, das ist ja gut erschienen. Na ja. Was ist das für eine Scheiße? Wie geht das? Ich will nicht wieder meine Munition draufknallen. Das funktioniert sowieso wieder nicht. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht irgendwie irgendwo eine Zeitung aufhebt und ins Feuer hält. Aber auch das, äh, funktioniert nicht so ganz. Kann ja auch nichts weiter machen, ne? Ja, ja, eu, bla, bla. Ich bin verwirrt. Ich will nicht ballern. Letzter Versuch. Achso. Vielleicht sollte ich auch nachladen. Vielleicht muss ich hier doch irgendwie auf die Fässer knallen, aber... Das ist ja kein bisschen. Die laden eh nochmal. Also. Das funktioniert genauso wenig. Ich bin verwirrt. Sorry. Ich check das gerade überhaupt nicht. Load. Äh, ja, ja. Vielleicht schaffen wir es ja heute mal, oder dieses Mal, ohne Schaden davon zu kommen. Jetzt gucken wir uns ja nochmal hier um. Ob ich vielleicht hier nicht auch noch was übersehen hätte, aber... Nö. Nicht, dass ich wüsste, gell? Hä? Das ist doch eine Scheiße. Wieso haben wir denn hier was an Brand setzen können? Na gut. Ist wieder Feuer. Das bringt eigentlich gar nichts. Hallöchen. Komm her. Das ist verprügeln. Na, das ging aber fix. Das ging ja sehr fix, Mensch. Ja, ja. Hm. Das ist doch das Magazin, auf jeden Fall. Vielleicht probieren wir einfach mal die Nummer aus. Das ist aber gut. Hey, wir sind echt diesmal besser, äh, drumherum gekommen. Um die ganzen Schäden. So. Ach ja, die Spritze haben wir jetzt natürlich auch noch. So ist es natürlich nicht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ah, hier liegt aber echt nirgendwo was rum. Ja, das ist, äh... Sehr respekt. Wir versuchen einfach mal, durch die Tür zu kommen. Vielleicht, äh... Können wir ja den Code irgendwie... Ja, ja. Pass auf, wo man hinlässt. Ja. 2, 7. Die letzte ist mit Tint überseht. Wir versuchen einfach mal alle Nummern durch. Und es wird ja schon schief gehen, ne? Ich meine, eben. Man kann ja nur alle durchprobieren. So. Okay. Probieren wir es. 2, 7, 9, 8. Ist er offen? Die Anlagte da. Ich bin gut. Ich habe nur geraten. Oh, fuck. Hm. Nein. Ich will da nicht durch. Äh, wenn da kommen jetzt irgendwelche Krabbelviecher. Sag ich doch. Ich habe es gesagt. Loll. Das nutzt mir natürlich... Das nutzt mir natürlich aus. Das ist ein bisschen back hier. So, ich sehe zwar den Kopf kaum, aber... Tote. Gut. So geht es natürlich auch. Nein. Nein. Da will wield mit... Wenn wir benutzen nochmal die Pistole ein bisschen. Das war gar nicht so schlecht. Drei Schößen kriege ich nur... Ich bin nicht eben schön platt hier. Das war nicht die beste Lö... Oh, voilà. Red Fox, share. Haha, 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 haha. Ja, das ist Pupgun-Munition. Oh, schön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, ja. Uh, komm ich den jetzt hin? Hallo? Da hinten sitzt jemand. Wow. Das nutzt mir natürlich auch schön aus. Zwei Schüsse. Das war ja wunderbar. Ha, so geht es natürlich auch. Ha, ha, ha. Blöden Viechers. Ihr kriegt mich nicht. Nicht er und nicht heute. Ups. Der sieht ja nicht mehr ganz so gesund aus. Oh, ein Fahrzeug. Warte mal, stand da echt big drauf? Da steht echt... Lol. Ne, das ist jetzt sick drauf. Also, so big verarschen, ne? Kennt ihr ja, die Firma. Oh, ja. Damit hat er die Wann schön gestaltet. Ich nehme das mal. Inventory full. Ich will das nicht wegwerfen. Oh. Messer. 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 Der ist natürlich, ne? Drop. Ist das eine gute Idee, unser Messer wegzueraufen? Oder vielleicht doch? 9 mm. Nee. Nee. Oder? Ich weiß nicht. Ich will nichts weg. Mann, das mache ich mich. Nee. Das Messer. Na komm, wir hauen das Messer weg. Der Nightstick ist nicht schlecht. Ups. Ah. Ich und mein... Remington. Wir haben 9 Schüsse. Was natürlich jetzt da nicht nutzen kann, ist... Den Eimer kann ich nicht mehr nehmen, ne? Ist, äh... Nehme ich mal an... Das ist leider nicht möglich. Das ist ja super lecker. Buu, dann nehmen wir so lange... So, dann machen wir auch gleich mal... Das ist da hin. Äh... 1, 2, 1. Und dann passt das wieder. Ups. Aha. Ich. So, 2, 1, ne? Das ist, äh... 2, 1. Genau. Super. Das müssen wir uns ja ein bisschen einprägen hier. Damit sich das festsetzt. Unserem Schädel. Meinem Schädel. Wir müssen ja dazugucken, wie ich hier versage. Oh, ich hoffe, jetzt kommt nicht noch mal neue. Das fände ich jetzt aber nicht schön. Äh... Bitte nicht. Bitte kommen neue. Wir wollen hier keine neuen. So. Okay. Uh. Egal, ob das jetzt Licht macht oder nicht. Im Moment sehen wir genug. Huh. Oh Gott. Wie scheiße, wie ich was rufen. Ähm. Wie wär's mit Nachladen? Ah, ich hab nur 3 Schuss oder wie? 4, 5. Bäm. So. Okay, 1 Schuss haben wir noch. Alter, gleich 4 auf einmal. Mehr passen wohl nicht oder wie? Meine Güte, ist er doch alles Schweine. So, hier wartet jetzt auch noch eins auf mich. Nein. Ähm, hat sich hier was verändert? Oder bilde ich mir das gerade noch ein? Ne, das bilde ich mir gerade noch ein. Das ist alles wie vorher. Ja. Oh, oh. Komm ich hier noch raus? Da brennt es nämlich überall. Ach, ne. Sieht ja gut aus. Okay. Ähm. Pistole haben wir zum Glück noch. Cool. Ein Schusshammer. Äh, das, ähm. Ja, gut. Ja, wir müssen das Ganze hier mal ein bisschen managen. Unsere Schüsse und alles, was wir so haben. Wird mir hier auch ganz gut zurechtkommen. So, was haben wir hier alles? Ein Stuhl. Den nehm ich mit. Den nehm ich auf jeden Fall mit. So, ein Schlüssel. Sewer-Kirne. Ja, Sewer. Auch bekannt als, äh, Claire. Äh, Quatsch. Ähm, als hier diese Fäkalien-Tunnels. Wenn man zwar gehoben ausdrücken möchte. Nehm ich mit zwei. Dann noch drei Schüsse und ein Magazin. Na gut, das ist nicht allzu viel. Speichepunkt, 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 Speichepunkt. Bitte, Speichepunkt, Speichepunkt, Speichepunkt. Die werden ja nicht hingelegt haben. Wetten? Da liegt jetzt keiner? Ohoho. Mä? Okay. Construction Site sind wir jetzt also gewesen. Ja, sind wir mal wieder in den Zewers. Ich will langsam mal hier raus. Wetten, das ist zu. Ja. Ja, ist ja nicht so schön. Drei Schüsse und einen noch. Ich will das mal anders hinlegen. Äh, fuck it. Fuck it. Fuck it. Das ist nicht einfach. Ähm, es kommt jetzt natürlich auch drauf an. Wir haben jetzt den Speichepunkt. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal und gucken mal durch, wie weit wir kommen. Hey, was the fuck are you doing? Oh, du wieder. Äh. Warte! Ach, ich bin das immer noch. Wow. Oh, shit. Ist das nicht die Klee, die uns gesprochen hat? Maze. Ja, das ist... Ich muss vorstellen, dass es ein Maze sein soll. Okay. Oh, der Engfack. Äh, was? Kriegt man den Platz? Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen testen hier. Oh. Ich muss da noch hinrennen. Sorry. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir den Platten kriegen, den Maze hier. Maze-Sin. Wie auch immer. Eins. Machen wir die zwei und die eins. Das kommt immer was gut. Warum kann der sein Scheißhändchen nicht in die linke Foto nehmen? Das schenke ich immer noch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Muss ich vielleicht an den Rädchen drehen? Hallöchen. Schöner Mensch. Ja. Man muss ja nicht rechen. Nöööö. Hey, wieso? Nein, die drehen es zurück. Ja, weg. Okay, ja, ja, ich will! Ich konnte mich gerade nicht bewegen, nachdem ich mich da getreht habe. Das hat mich gerade ein bisschen angekotzt. Das ist sowas Blödes. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Diese Scheiße. Okay, jetzt weiß ich aber, wie es geht. Wo können wir uns denn retten? Können wir uns überspringen? Kannst du nicht überspringen? Doch, kann man. Kann man sich überspringen? What? Ja, ja, ich war doch aber weit weg. Ach, kommt. Wo? Ähm. Äh. Ich laufe gerade. Automatisch. Okay. Jetzt ist es aufgehört. Einfach mal irgendwelche random Tasten drücken, dann hört das auf. Als ich mich selbst spürt und selber das Problem habe. Ja, ja. Ah ja, mit Enter kommen wir jetzt überspringen. Irgendwie muss man das Vieh ablenken. Ich weiß noch nicht, wie. Aha. Das wartet irgendwann. Dreh, 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 dreh. Okay. Das war der erste Streich. Okay, so scheint das tatsächlich zu gehen. Wollen wir mal ein bisschen ablenken. dreht 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 fuck so knapp so verdammt knapp so ein Mist, ja Mann ey, wie kann man das okay, wir holen uns das da hinten dreht 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 schon, schon, komm schon ist das überhaupt gar nicht so einfach ist das echt nicht einfach muss irgendwie, wie kann man den ablenken irgendwie muss man den ablenken ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020